Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian und in diesem Video möchte ich mit euch nicht nur über das Multimedia- und auch Navigationssystem, das Audi e-tron 55 Sportback, reden, sondern unter anderem auch über das Head-Up-Display, die digitalen Außenspiegel, Anschlussmöglichkeiten, Klimatisierungsautomatik und natürlich auch dem virtuellen Cockpit. Da es aktuell relativ frisch und kalt ist, würde ich sagen, springen wir direkt in den Audi e-tron 55 Sportback. Und damit bin ich auch schon im Innenraum vom Audi e-tron 55 Sportback und möchte euch in den nächsten Minuten sechs verschiedene Bereiche dieses Innenraumes vorstellen, unter anderem das Head-Up-Display, was natürlich komplett auf den Fahrer ausgerichtet ist. Dann werde ich ein paar Worte zu den digitalen Außenspiegel los, dann zum virtuellen Cockpit, Multimedia und auch Navigationssystem, Klimaautomatik und zu guter Letzt nochmal hinsichtlich der diversen Anschlussmöglichkeiten, sei es Android Auto, Apple CarPlay, beziehungsweise auch SD-Karten, die dieses Fahrzeug hier aufnehmen kann. Anfangen möchte ich mit dem Head-Up-Display und das Head-Up-Display kann erstmal in seiner Gänze hier über das Multimedia-System eingestellt werden. Ihr geht auf die Einstellung, ihr geht auf Anzeige und Helligkeit und dort habt ihr den Punkt Head-Up-Display. Und beim Head-Up-Display könnt ihr euch natürlich auch Anzeigeninhalte definieren, also was soll angezeigt werden. Unter anderem Navigationsanzeige, Verkehrszeichen, Effizienzassistent und Fahrerassistenz, beziehungsweise Lizenztext im Head-Up-Display anzeigen. Das möchten wir natürlich nicht und all das, was im Head-Up-Display angezeigt wird, ist natürlich auch meist das, was euch hier im virtuellen Cockpit angezeigt wird. Das heißt Verkehrszeichen, Erkennung, Spurhalteassistent, natürlich auch die aktuelle Geschwindigkeit und was wirklich sehr gut funktioniert hat, waren auch Navigationsdaten, sei es hinsichtlich Kreuzungen oder auch Einmündungen. Das Ganze könnt ihr dann noch verstellen in Bildhöhe, in der Helligkeit und zu guter Letzt noch in der Bildrotation. Und ich muss sagen, das Head-Up-Display, das war wirklich richtig gut, wird in der Scheibe gespiegelt und unterscheidet sich nicht unbedingt von anderen Premium-Herstellern, aber dann doch von Herstellern, die etwas unterhalb dieses Audi e-tron angesiedelt sind. Von daher keinerlei Kritik beim Head-Up-Display. Kommen wir damit auch schon zum zweiten Punkt, nämlich dem digitalen Außenspiegel, der in der Audi-Community hin und wieder mal für Diskussionsstoff sorgt. Denn das, was hier verbaut wurde, ist, ich glaube, neben Lexus einmalig. Das heißt, wir haben digitale Außenspiegel. Die Außenspiegel, wie man sie sonst kannte, mit einem Spiegelglas sind passé, wobei man sagen muss, dass das optional ist. Das heißt, ihr könnt den e-tron auch ganz normal mit verspiegelten Außenspiegel kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Alternativ und natürlich auch aufpreispflichtig hier diese digitalen Außenspiegel, die im Innenbereich angezeigt werden. Ihr habt die Möglichkeit, die Außenspiegel natürlich zu positionieren. Das heißt, das Bild zu positionieren, tippt auf das linke Display hier im Bereich des Fahrers und habt dann die Möglichkeit, ganz einfach per Swipe das Display bzw. den Bereich hin und her zu schieben. Das funktioniert natürlich nicht nur auf der Fahrerseite, sondern natürlich auch auf der Beifahrerseite, sodass man nicht von A nach B springen muss, um irgendwelche Außenspiegel einzustellen. Das heißt, das könnt ihr wirklich sehr gut hier von der Fahrerseite managen. Das ist im Grunde genommen aber auch schon alles, was mich so wirklich begeistert hat an diesen Außenspiegeln, weil ich auch viele Kritikpunkte gefunden habe. Zum einen cruise ich sehr gerne. Das heißt, ich lege hier meinen Unterarm auf die Tür, auf die Türverkleidung. Und wenn ich das mache und möchte einen überholen, ist in 90 Prozent der Fälle mein Arm einfach vor diesem Außenspiegel. Das heißt, wenn ich überholen möchte, muss ich mich darauf trainieren und das hat jetzt in den letzten zwei Wochen fast gar nicht geklappt, dass ich eben entsprechend den Arm nach unten nehmen muss, um dann in den Außenspiegel zu schauen. Wenn ich das gemacht habe und ich blinke, wird euch dann entsprechend auch angezeigt, dass ihr blinkt. Das wird euch natürlich hier im digitalen Außenspiegel angezeigt, aber nochmals mittels einer LED-Leuchte dann in diesem Kamerabereich im kompletten Außenbereich. Das funktioniert ganz gut. Ein weiterer Kritikpunkt für mich war allerdings auch, dass ich sehr starke Blendeffekte hatte bei Nachtfahrten. Das heißt, wenn ich nachts fahre und ich habe Verkehr hinter mir, habe ich wirklich sehr großes Streulicht, sehr große Blendeffekte, sodass ich nicht wirklich richtig abschätzen kann, wo sich der Hintermann befindet. Und das ist wirklich das Problem, was ich da gesehen habe. Des Weiteren gibt es nicht wirklich eine Blickwinkelverstellung. Das heißt, ihr könnt den Kopf nach oben, nach unten, nach links und nach rechts neigen. Dann könnt ihr bei klassischem Außenspiegel deutlich mehr sehen, zum Beispiel auch beim Einparken. Bei denen funktioniert das tatsächlich nicht. Das heißt, ihr könnt den Kopf bewegen, wie ihr möchtet. Das Bild bleibt einfach stehen. Das heißt, dort wird sich nichts ändern. Und zu guter Letzt, der letzte Kritikpunkt an diesem digitalen Außenspiegel war die Tatsache, wenn ich zum Beispiel irgendwo einparken wollte, in eine Parklücke rückwärts bei Nacht, war es so, dass aufgrund dieser LED-Lichtleiste, die sich am Heck vom Audi befindet, ja sehr großes Streulicht war. Das heißt, ich habe sehr viel gesehen, aber nicht das, was ich eigentlich sehen wollte. Das heißt, ich hatte rotes Licht hier in dem Außenspiegel gesehen. Ich habe die Parkplatzmarkierung nicht richtig erkannt. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen diesen digitalen Außenspiegeln oder innenliegenden Außenspiegeln und auch klassischen Außenspiegeln, würde ich definitiv die klassischen nehmen. Kommen wir damit auch schon zum virtuellen Cockpit hier im e-tron 55 Sportback, was in der Diagonalen 12,3 Zoll misst. Ich glaube, mit Full HD auflöst und wirklich hinsichtlich Darstellung, Farbqualitäten, Helligkeit, Blickwinkel wirklich überhaupt kein Grund für Kritik liefert. Aber das ist wirklich ein virtuelles Cockpit der besseren Sorte, was auch wirklich sehr gut funktioniert. Und was ich auch wirklich sehr gut fand, war die Tatsache, dass man dieses virtuelle Cockpit zwar verändern kann, aber nicht so sehr verändern kann, dass man irgendwie gefühlt nach zwei Tagen nicht mehr weiß, welche Einstellung man hier wählen soll. Genauso wie bei dem Head-Up-Display und auch den digitalen Außenspiegel kann ich hier über die Einstellung gehen, Anzeige und Helligkeit und habe dann dort das virtuelle Cockpit. Dort seht ihr, dass ich drei Konfigurationen besitze, nämlich zum einen klassisch, e-tron und auch Sport. Und je nachdem, was ich natürlich auswähle, werden auch verschiedene Sachen dort angezeigt. Momentan ist Klassik ausgewählt. Ich kann das Ganze noch konfigurieren, kann sagen, ich möchte ganz links den elektrischen Verbrauch haben oder auch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Fahrzeit oder auch die Fahrstrecke kann zurückgehen und sagen, ja, vielleicht gefällt mir diese klassische Ansicht nicht. Ich möchte die e-tron Ansicht, die von Haus aus auch ausgewählt ist. Gehe auf jetzt ändern und dann kommt ein etwas schlichteres Design, wo einem die Kilometrierung in der Mitte angezeigt wird. Restreichweite, wir haben die aktuelle Uhrzeit, wir haben plus 0,5 Grad, 564 Kilometer gefahren. Ich habe Datum, Uhrzeit, all das, was man natürlich hier ablesen kann. Und ich habe noch hier eine Sportkomponente. Das heißt, auch hier kann ich sagen, ich möchte es etwas sportlicher darstellen. Dann wird das etwas rot hinterlegt. Und hier habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir ganz links wieder den elektrischen Verbrauch anzeigen lassen. Das sind im Grunde genommen erstmal die Einstellungen, die hier rüber bei dem virtuellen Cockpit geändert werden können. Ihr könnt sehen, das ist nicht wirklich viel. Allerdings kann ich diese Darstellung, die sich dort vorne befindet, noch hier über die linkseitige Lenkradschaltung etwas verändern. Das heißt, wenn ich hier auf den View-Button gehe, auf der Lenkradfernbedienung, dann könnt ihr sehen, dass sich die Darstellung ändert. Und je nachdem, was ich in diesem oberen Bereich, dort wo ungefähr 207 Kilometer steht, UFM und auch Navigationsdaten sind. Und wenn ich das eben entsprechend ändere und gehe auf View, wird eben entsprechend der Punkt, der sich oben oder der oben ausgewählt ist, nochmals geändert. Das wäre meine Anrufliste. Und dort habe ich auch Navigationsdaten. Und hier kann ich dann zum Beispiel dank Google Earth auch in diese Karte hinein bzw. heraus scrollen. Das funktioniert natürlich auch hier ohne Probleme. Das wären die Möglichkeiten, die euch gegeben sind. Und hier bei der Karte bzw. bei dem Punkt Navigation kann ich dann auswählen, was mir dann dort auch angezeigt werden soll. In diesem Falle bei mir die Karte. Wenn ich ganz nach links gehe, nochmals auf den Verbrauch, gehe nochmals auf diese Ansicht, kann ich mir auch hier eine reduzierte Anzeige anzeigen lassen. Das heißt, dort wird mir dann in der Mitte einfach gar nichts dargestellt. Ich gehe zurück und sage, okay, ich möchte hier wieder den Bordcomputer ausgewählt haben. Ihr seht vielleicht ganz links von diesem Fahrstreifen, von dieser Fahrstreifenmarkierung habt ihr vielleicht jetzt einen kleinen Strich gesehen. Das heißt, ihr könnt hier auch nochmals erweitert durchscrollen. Unter anderem hier mit Datum und Uhrzeit die aktuelle Reichweite, Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher, Fahrassistenz und auch die Verkehrszeichen. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich richtig gut gefallen, weil es irgendwie nicht überlastet ist. Man bekommt alle relevanten Daten angezeigt. Man kann es konfigurieren, aber nicht so in diesem Maße, dass, wie gesagt, man nicht nach zwei Tagen weiß, wo überhaupt der Hase im Pfeffer begraben liegt, sondern genau weiß, okay, das ist meine Einstellung, die möchte ich verwenden und das ist auch genau gut so. Und damit komme ich auch schon zum Multimedia und auch Navigationssystem bei Audi MMI genannt. Und das, was ihr hier momentan seht, ist natürlich erstmal die Startseitenoptik. Ganz links habe ich eine Navigationsleiste für Home, für Startseite. Dann kann ich hier auf Radiosender gehen. Dann kann ich hier auf andere Quellen gehen, unter anderem auch SD-Karte, unter anderem aber auch auf Online-Medien und auch natürlich auf mein iPhone. Dann habe ich hier mein Telefon mit Anruflisten und all das, was dazu gehört. Und ich habe hier noch meine Navigationskarte, auf der ich mich natürlich auch bewegen kann. Dazu aber auch später noch mehr, weil das spielt dann auch wieder hier unten mit dem Bereich Klimaautomatik mit. Was könnt ihr hier machen? Ihr könnt erstmal die Kacheln verschieben. Das heißt, wenn ihr den Punkt Fahrzeug am wichtigsten findet, schiebt ihr ihn an Stelle 1, sagt fertig und dann ist diese Kachel verschoben. So kann man sich wirklich die wichtigsten Kacheln, die man hier haben möchte, auf Startseite 1 legen. Wir haben natürlich Medien. Das entspricht dem Punkt hier links in der Navigationsleiste. Telefonnavigation, Radio ist auch klar. Einstellungen, das habe ich euch eben schon mal ganz kurz gezeigt. Dort kann man grundlegende Einstellungen vornehmen. Anzeige und Helligkeit betrifft all das, was diese Display-Technologie hier im Auto betrifft. Ich kann verschiedene Nutzer anlegen, was vor allem dann sinnvoll ist, wenn ich das Fahrzeug mit mehreren Schlüssel fahren möchte. Und jeder sein eigenes Setup, seine eigene Sitzeinstellung hier eben haben möchte. Und ich kann hier drüber verbundene Geräte auch auswählen, mit welchem Gerät aktuell das MMI verbunden ist, beziehungsweise verbunden sein soll. Klang ist im Grunde genommen auch selbsterklärend, Höhen, Bässe. Ich habe einen Subwoofer, weil ich hier das exklusive Soundsystem, ich glaube von Bang & Olufsen habe, was wirklich unter anderem auch sehr gut ist. Und ich kann dann auch hier hinsichtlich Navigation, Medien, Nachrichten, Radio hier noch ein paar Settings vornehmen. Was man aber im Grunde genommen erstmal gar nicht braucht. Dann habe ich den Punkt Fahrzeug und dort kann ich verschiedene Fahrzeugeinstellungen wählen. Audi Drive Select ist ein Punkt, den ihr sehr wahrscheinlich hin und wieder mal nutzen werdet. Ihr habt oben einen Effizienzmodus, Komfort, Auto, Dynamisch oder auch Individual. Und je nachdem, was ich hier aussuche, ändert sich auch die Höhe des Fahrzeuges. Das heißt, es wird nach oben oder nach unten gefahren. Bei der Automatik reduziert es die Bodenhöhe auf Autobahnen ab 120 oder 130 kmh. Und ich kann bei Individual sagen, okay, ich möchte eben genau das auch selbst bestimmen. Hier im Individualbetrieb bei mir jetzt alles auf Sportlicht gestellt. Das heißt, Antrieb, Fahrwerk und auch die Lenkung betrifft natürlich auch nur diese drei Punkte. Und genau diese drei Punkte werden dann auch hier eben entsprechend angepasst. Wenn ich zurückgehe und auf Licht und Sicht gehe, was auch wirklich ein sehr cooler Punkt ist, habe ich hier den Punkt Ambientebeleuchtung. Und hier seht ihr unter anderem auch, dass Drive Select ausgewählt ist. Das heißt, je nachdem, in welchem Fahrmodus, das heißt Effizienz, Komfort, Auto, Sport oder auch Individual ich mich befinde, wird auch automatisch dann hier diese Innenraumbeleuchtung angepasst. Und ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das ganz nach meinen eigenen Wünschen gestalten. Jetzt wäre es orange, jetzt wäre es rot. Und ich kann natürlich dann auch hier die Helligkeit bestimmen, wie das Ganze dann dargestellt werden soll. Und wenn ich Drive Select auswähle, wie gesagt, automatisch, je nachdem, welcher Drive Mode eben auch ausgewählt wurde. Gehen wir zurück und wir schauen uns mal an, was es hier in den Fahrzeugeinstellungen noch so gibt. Unter anderem Fahrerassistenz. Das heißt, die Fahrerassistenz könnt ihr auch hier nochmals festlegen, was, wie, wo, wann gemacht werden soll. Maximal, und da gehe ich mal drauf, bedeutet einfach, ich habe eine Abstandswarnung, Audi PreSense, Spurwechselwarnung, Kreuzungsassistent, Notfallassistenz, Ausstiegswarnung und auch eine Pausenempfehlung. Das heißt, Ausstiegswarnung bedeutet unter anderem, wenn ihr die Tür öffnet und im hinteren Bereich wird eben ein Fahrzeug erkannt, bekommt ihr eine Nachricht, hey, bleib lieber sitzen, es kommt ein Fahrzeug. Und genau das könnt ihr auch dann hier individuell festlegen und sagen, okay, ich möchte den ein oder anderen Punkt aktiviert bzw. deaktiviert haben bei mir. Allerdings aufgrund dessen, dass auch hier die Fahrassistenzsysteme wirklich gut sind, alles auf maximal gestellt. Dann haben wir noch die Sitze, bedeutet in diesem Fall einfach, dass eine Einstiegshilfe angeboten wird. Ihr schließt das Fahrzeug mit eurem Schlüssel auf, der Sitz wird in die entsprechende Position gefahren und ihr könnt einfach besser hier in das Fahrzeug einsteigen. Noch ein Punkt, Klimaautomatik. Hier habt ihr unter anderem die Möglichkeit zu sagen, ich möchte zum Beispiel eine Synchronisation der Klimaautomatik haben. Ihr möchtet zum Beispiel hinten auch belüften oder ihr möchtet zum Beispiel auch alles komplett ausschalten. Das ist natürlich auch möglich. Ich gehe hier wieder auf Synchronisation und damit gehen wir, nein, wir gehen nicht zurück, weil ich sehe hier oben das Zeichen, nämlich eine Standheizung. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eine Standklimatisierung zu nutzen. A, über die MyAudi-App, die ich aber leider nicht eingerichtet habe oder über diesen Timer, der hier euch angezeigt wird. Das heißt, hier werden euch unter anderem Daten und auch Uhrzeiten angezeigt, wann ihr die Standklimatisierung nutzen könnt oder auch wollt. Und ihr könnt auch sagen, ich möchte einen Sofortstart haben. Macht natürlich dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel am Strom hängt, weil dann geht es nicht von der Batterie ab. Ihr könnt aber auch sagen, ich befinde mich an meiner Arbeitsstelle und ich möchte am Donnerstagmorgen, dem 10.12. um 5.19 Uhr die Standklimatisierung angeschaltet haben. Dann wird die angeschaltet, ihr steigt ins warme Auto, das meiste ist abgetaut und für eine halbe Stunde läuft dann eben diese Standklimatisierung auch wirklich ein extrem cooler Punkt. Gehen wir auf die Startseite zurück. Radiosender werden euch hier alle komplett gelistet. Ihr könnt hier durchscrollen und je nachdem, was ihr für einen Radiosender habt. Und jetzt nehme ich einfach mal WDR 2 Wuppertal, weil den habe ich garantiert nicht gehört. Könnt ihr hier sagen, mehr. Und ich möchte diesen Sender als Shortcard speichern. Und der Shortcut wurde gespeichert. Jetzt fragt man sich, wo ruft man diesen Shortcut auf? Ganz einfach, ihr geht hier unten auf die Klimatisierungsautomatik. Dort habe ich meine Heimatadresse, UFM HR3. Dort habe ich eine Schnellladesäule und dort kommen dann auch schon WDR 2 Wuppertal. Ein Sender, den ich wahrscheinlich noch nie gehört habe. Aber das ist eben die Eigenschaft bzw. die Möglichkeit, die mit diesen Shortcuts in Verbindung steht. Im nächsten Punkt habe ich den Punkt Medien. Das habe ich eben schon mal ganz kurz angesprochen. Das wäre jetzt unter anderem meine SD-Karte, die ich hier in der Mittelkonsole eingesteckt habe. Mit zwei Videodateien, die allerdings nicht abgespielt werden, sondern lediglich die Audiodatei dazu. Das heißt, ich habe es hier nicht geschafft, auch mit anderen Videoformaten hier ein Video auf diesen Screen zu bekommen. Möglicherweise ist dafür auch ein Upgrade notwendig. Jedenfalls hier in diesem Testwagen hat es nicht funktioniert. Ich habe die Möglichkeit, mein iPhone zu verbinden, ein externes Gerät oder natürlich auch über USB entsprechend andere Geräte bzw. Sticks. Und habe dann auch die Möglichkeit, eben entsprechend MP3s hier im e-tron 55 Sportback abzuspielen. Online-Medien würde auch funktionieren. Dann müsst ihr allerdings die MyAudi-App nutzen. Und was auch funktioniert, ist eine Alexa-Anbindung. Das heißt, ihr könnt Alexa hier im e-tron 55 nutzen, müsst aber dazu hier diesen Sprachknopf drücken, um eben Alexa zu aktivieren. Das funktioniert hier in diesem Falle nicht über den Ausruf Alexa. Telefon ist eigentlich selbsterklärend und was ich euch hier noch zeigen möchte und was ich wirklich sehr gut fand, ist die Navigation. Zum einen habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, rein und raus zu zoomen. Und das funktioniert auch recht zügig, muss man sagen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, natürlich die Darstellung zu ändern. 2D-Nordkarte, 2D-Fahrkarte, 3D-Fahrkarte ist bei mir ausgewählt. Was ich aber noch cooler fand, war, dass man direkt über die Suche hier verschiedene Ladmöglichkeiten angezeigt bekommt. Das heißt, HPC laden, die schnellstmögliche Lademöglichkeit über CCS wäre eine 350 kW Ladesäule bei Ionity. Ich muss mal schauen, 35 Kilometer entfernt, wobei 350 kW der e-tron nicht schafft. Der schafft maximal 150 kW. Ich gehe zurück, habe aber auch hier wieder die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier im unteren Klimatisierungsbereich meine Adresse eingeben. Einfach per Zeichnung. Und da schreibe ich einfach mal Hamburg. Und ich hoffe, dass ihr das erkennt. Und obwohl ich so eine Sauglaue habe, funktioniert das. Und das ist wirklich, wirklich sehr gut. Funktioniert bei anderen Herstellern etwas schlechter. Beim BMW war es so, dass man nur dieses kleine Joystick hatte, um drauf zu zeichnen. Denn hier hat man tatsächlich eine sehr große Fläche und könnte sich bei Bedarf natürlich auch noch eine Tastatur einblenden lassen. Und das sind eben die Ziele, die ich in der letzten Zeit bzw. in den letzten Wochen aufgesucht habe. Wirklich ein sehr schönes Navigationssystem, das mir in diesem Fall auch wirklich richtig viel Spaß gemacht hat. Kommen wir damit auch schon zum letzten Punkt, nämlich der Klimatisierungsautomatik. Und einen Punkt hatte ich euch eben schon gezeigt im Zusammenspiel mit dem MMI, nämlich die Funktion der Shortcuts. Über diesen Button aufrufbar. Nach links und nach rechts kann ich swipen, um entsprechende Shortcuts hinsichtlich Navigationseinstellungen, Radiosender oder whatever aufzurufen. Und über einen Touch geht das dann wieder weg. Ich habe dort einen Bergabfahrassistenten. Ich habe dort die Möglichkeit, das Head-Up-Display nochmals anzupassen und auszuschalten. Und ich kann auch dieses mittlere Display hier in diesem Fall komplett ausblenden. Weiterhin kann ich natürlich über die Plus- und auch Minus-Symbole hier die Temperatur regeln. Beziehungsweise auch über einen Swipe nach oben oder auch nach unten. Und natürlich hat der Beifahrer auch die Möglichkeit, sich diese eigene Komfortzone mittels Temperatur einzurichten. Wenn ich jetzt allerdings der Meinung bin, 19 Grad und aufgrund dessen, dass ich jetzt doch alleine fahre, sind mir zu kalt, ziehe ich das ganz einfach zusammen und dann wird eben durch die Synchronisation der Wert von meiner Seite auf der anderen Seite komplett übernommen. Air-Condition an oder aus, Sitzheizung links und rechts. Ich habe die Möglichkeit, das auch komplett auszuschalten. Das heißt, die Klimaanlage komplett auszuschalten und natürlich auch noch eine Umluftfunktion zu nutzen. Hier in diesem Bereich habe ich nochmals den Drive-Select-Schalter. Das habe ich euch eben schon gezeigt. Das heißt, darüber habe ich die Möglichkeit, eben verschiedene Drive-Mode auszuwählen. Funktioniert wirklich extrem gut. Ich bleibe mal in Dynamisch, weil man dort am meisten Spaß hat. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, und das soll dann auch für diesen Part der letzte Punkt gewesen sein, die Möglichkeit, meine Kameras aufzurufen. Man sieht, vorne quer die Kamera eingeblendet. Dann durch eine leichte Animation habe ich dann hier einen anderen Sichtbereich. Und je nach Lenkeinschlag geht eben auch die Kamera mit, beziehungsweise hier ja diese Spurführung. Und das Ganze funktioniert natürlich hinten genauso. Das heißt, dort habe ich auch zwei verschiedene Ansichten. Einmal Fischaugenansicht, einmal hier zum Einparken. Und ich habe auch die Möglichkeit, hat bei mir allerdings aus welchen Gründen auch immer nie geklappt, die Rückfahrkamera zu reinigen. Ob dort das Wasser leer ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob es da einen extra Wassertank gibt. Und zumindest sind die Scheibenwischer vorne und auch die Beleuchtungseinrichtung vorne immer gereinigt worden. Und zu guter Letzt hier noch eine 3D-Ansicht, die wirklich sehr gut aussieht und ich das Fahrzeug dann hier frei hin und her schieben kann. Einziger kleiner Wermutstropfen, das Ding ist einfach nicht rot, obwohl eben mein Testwagen rot ist. Das hätte man tatsächlich nur etwas anders umbauen können. Damit komme ich auch schon zum letzten Punkt, nämlich den Anschlussmöglichkeiten hier im e-tron 55. Dazu habe ich hier in der Mittelkonsole unter anderem zwei USB-A-Anschlüsse, einen SD-Kartenleser und auch die Möglichkeit, eine SIM-Karte für Telefonie einzulesen. Das mit der SD-Karte habe ich euch eben schon gezeigt. Ich kann darüber zum Beispiel Lieder abspielen. Videofunktion hat hier leider nicht funktioniert. Was über die USB-Anschlüsse aber natürlich auch funktioniert, ist natürlich das Verwenden von Android Auto bzw. auch Apple CarPlay. Wobei es dort auch einen Unterschied gibt. Jetzt habe ich hier ein Android Smartphone. Ich stecke den Stecker mal ein über USB-C. Und dann, wenn ich zurückgehe, müsste mir dort Android Auto angezeigt werden. Das heißt, das ist momentan meine Startseite von Android Auto hier im Audi e-tron. Sieht recht aufgeräumt aus, Google Assistant dabei. Ja, im Grunde genommen das, was man auch von anderen Herstellern kennt. Was hier aber nicht funktioniert, ist Android Auto kabellos. Und da hat das iPhone tatsächlich einen riesengroßen Vorteil, weil mit dem iPhone habe ich die Möglichkeit, auch Apple CarPlay eben drahtlos nutzen zu können. Dazu gehe ich jetzt nochmals hier auf mein iPhone. Gehe zu den verbundenen Geräten. Apple CarPlay mit iPhone von Christian nutzen. Und ihr seht, das funktioniert hier ganz ohne Kabel. Das ist eben ein riesen Vorteil, aktuell zumindest noch von Apple CarPlay, hier im Audi e-tron 55 Sportback. Zwei weitere USB-Buchsen, aber das ist auch Aufpreis, sind hinten im Fond. Und alle vier USB-Buchsen, alles USB-A haben eine Ausgangsleistung von ungefähr 450 mAh. Das heißt, wenn man zum Beispiel hier so ein Apple iPhone 11 Pro Max aufladen möchte, komplett aufladen möchte, wären eben über diese Anschlüsse so 6, 7, 8 Stunden notwendig, um es eben komplett aufladen zu können. Ist jetzt kein wirklich schlechter Wert. Man kann damit durchaus das Telefon am Leben erhalten. Aber, wie gesagt, auch keine hohe Ausgangsleistung. Was hier auch noch zu finden ist, in der Mittelkonsole, das blende ich euch natürlich auch an entsprechender Stelle ein, ist die Möglichkeit des induktiven Ladens. Dazu kann man das Smartphone einfach so waagerecht reinschieben. Am Anfang dachte ich, dass dieser Riegel, der dort das Smartphone hält, und jetzt seht ihr es, das Mobiltelefon wird geladen, eben keinen Schutz hätte. Aber ich habe genau hingeschaut, es hat eine gummierte Rolle. Das heißt, das Display wird auf keinen Fall verkratzt. Natürlich wäre es besser, wenn man eine Displayschutzfolie drauf hat, aber so kann man dann wirklich sehr gut auch das Handy hier in der Ablagemöglichkeit der Mitte laden. Und damit bin ich auch schon am Ende meines doch recht langen Videos zum Audi e-tron 55 Sportback und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao. und dann geht's gut. Vielen Dank.